hallo muskelzellenjunkies ist es mal wieder zeit für ein gewinnspiel ja was verlosen wir eigentlich die riegel vor den herren momentan so sieht der krempel aus wir verlosen für den ersten zweiten dritten preis einfach ein karton questbars braucht nicht nur einen geschmack nehmen ihr könnt euch die natürlich mischen und der erste zweite dritte preis bekommt natürlich eines von euren unseren neuen muskelzellen shirts darf sich einmal umdrehen das ist natürlich so ein ladies tank top für die mädels für die männer sieht das natürlich so aus einmal von vorne aber von hinten und ja ich bin alt und schrumpelig aber posen kann ich trotzdem noch bedingungen wir haben zwei athleten bei uns im team findet ihr bei uns bei facebook einfach dieses video leiten und in den kommentaren die beiden athleten erwähnen und einem freund von euch markieren auslösen tun wir das am 16 16 2 einfach mitmachen leiten in die kommentare wie gesagt unsere beiden athleten rein und like es tschüss baaas baaaste tschüss sorry air 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 Untertitelung des ZDF, 2020